Und damit herzlich willkommen zurück bei MMM, Minecraft Megamine, sage ich im Moment irgendwie sehr selten. Wir bauen gerade mal kurz die Dünger hier zu. Und danach müssen wir noch Schwarzeichen Treppen außen anbauen. Das heißt übrigens wie der Dark Orgut, darüber bin ich sehr froh. Ich hatte eine Zeit lang das deutsche Sprachpack drin, damit war ich gar nicht zufrieden. Das sieht einfach total scheiße an. Naja, Kishi hat mir nicht ge... Achso, hier vorne ist ein Balkon. Kishi hat mir nicht geschrieben, leider. Ist vielleicht doch tot, weiß ich nicht. Mir hat Paya geschrieben. Aber nichts, was euch interessieren könnte. Das ist total wichtig. Eigentlich. Also alles ist eigentlich mit jemandem wichtig. Aber in nichts, was irgendwie für euch wichtig wäre. Okay, danke. Na gut, dann brauche ich jetzt... Ach man, ich rede schon wieder zu wenig. Dann brauche ich jetzt, ähm... Oh gut, Treppen. So, die hier. Haben wir davon auch mal? Haben wir nicht mehr. Noch gar nicht mehr. Zu wissen. Und, ach man, ich habe keinen Bock auf einen Quick Part. Ich kann keine Quick Parts machen. Sonst hätte ich schon lange für Kishi mal, ähm, was gefarmt. Ich kann momentan einfach keine machen, weil ich mir das vom Datenvolumen her nicht leisten kann. Das kann ich machen, sobald ich wieder... Sobald ich 30 Parts aufgenommen habe. Das ist jetzt gerade Part 15. Das heißt, die Hälfte ist rum. Ähm, ich habe damit jetzt fast die Hälfte auch des Datenvolumens, das ich habe, aufgebraucht. Das heißt, ich muss ein bisschen mehr Gas geben eigentlich. Ich würde jetzt auch gerne Monster farmen, weil... Hm, da unten ist gerade einer. Und ich brauche ein paar Level. Ich will mir nämlich demnächst mal wieder eine Schaufel verzaubern. Äh, keine Schaufel, eine Spitzer verzaubern, danke. Okay. Aber... Nö. Ist nicht drin. Keine Zeit. Ali muss schaffen. Oh, da oben sind auch mal eine Blume in meinem Fenster. Ja, die Render Distance, ich weiß, die ist beschissen. Die wird bald besser, Freunde. Die wird bald besser. Keine Angst. Die wird bald viel besser. Ihr könnt euch dann schon mal auf so Freddys Sicht vorbereiten, wenn ich... Sagen wir mal, spätestens... Ach, warte mal, wenn ich jetzt 30 Parts aufnehme. Also frühestens für euch nächsten Monat. Aber für mich wahrscheinlich in ein paar... Paar Wochen. Zwei Wochen vielleicht noch. Hoffentlich. Sag ich irgendwie andauernd. Und dann ist es trotzdem noch so nächste Woche. Und dann kommt so... Ja, mh, es dauern nicht. Und später und eventuell bald und... Halt die Fresse, du dummer Schleim! Und eventuell dann und so weiter. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich zu sein, aber ist halt nicht anders machbar. Den hab ich ja gut weggefrühstückt. Äh... Verdammt, wo ist Anbau-Sache nochmal? Da, nein. Äh, äh, da. Anbau. So, ich hab jetzt auch... Oh man, das ist echt erbärmlich, wieviel Interplay-Treppen wir jetzt... Äh, Trick-Treppen wir jetzt noch haben. Das ist echt erwärmlich. Ach, ach, ach... Oaah... Oah... Oah... Tauf... Tauf... Oah... Oh, ich rede schon wieder zu wenig. Also ich weiß nicht, ob es euch stört. Also ich will nicht reden, aber mich stört es. Das ist nicht der Sinn eines Let's Press. Ich habe den Timer nicht gestartet. Oh, ich kotze! Moment. Schaut da mal was vorbereitet. Machen wir jetzt mal 15 Minuten. So start. Ähm. Ich bin echt gut vorbereitet. So, jetzt muss da vorne noch eine Holzwand rein. Ich dachte mir, ja, mach mal kurz das Lagerhaus. Und dann bist du wieder fertig. Und jetzt wird es doch kein Kurz. Oh, scheiße. So eine Arbeiten ziehen halt doch immer so ein bisschen hin und her. Und du musst hier nochmal was machen und dann fällt dir ein. Oh, das könnte ich auch nochmal ausprobieren. Ich glaube, das ist jetzt sogar schon fast zu groß für ein Lagerhaus. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ich meine, das hat ja jetzt so Freddy's Hausmaße fast. Hä? Hausmaße, Hausmaße. Ähm. Ich habe noch ein paar Jahre schon wieder geschrieben. Ich antworte jetzt noch nicht. Nach dem Part kann ich das hier machen. Moment mal, das Ding ist. Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun breit. Das heißt, zwei, drei. Zwei, drei. Da ist unser Balkon wieder. Bestimmt breit, das ist ja nicht geworden. Ich weiß nicht. Schlagen wir das noch weg. Machen wir da noch einen hin. Machen wir da noch einen hin. Machen wir da einen Slap hin. Oder wir machen es so, das kann man auch anbieten. Sieht zwar scheiße aus, aber ist mir ehrlich gesagt sowas von egal. Die Wand hier hinten, dafür habe ich schon nicht mehr genug Rohstoffe mit. So, Rohstoffe alle. Dann laufen wir noch mal kurz nach unten Das sieht schau so aus Und holen noch mal den Holz Das ist echt richtig unser Lagersystem inzwischen Nein, ich will keinen Jungle Komm, lass uns ins Jungle gehen Ich hab Zerschmettern dabei Der Bohle Ich hab ihn vielleicht nur auf dem Fall Von fast allen seinen Alben Weil ich momentan alles auf Dauer schleife Übrigens, falls ihr den noch nicht kennt Lernt ihn kennen Sonst habt ihr was verpasst in eurem Leben Tut's einfach Euch zuliebe Wenn ihr Kinder habt, kauft ihnen sein Album Schade, dass ich kein Geld für Werbung kriege Das wäre echt gut Boah, ich kotze Steuer total So, da noch Da noch Die beiden und der Und jetzt ist es mir egal Jetzt kommen hier oben noch ein paar Fackeln rein So, jetzt bin ich die auch los Die schlage ich nochmal eben ab hier Steche von Nummer 3 hin Mit dem Mana Buffs zu den Wölfen Dann geht's weiter Ah, ich sollte aufhören Sorry Sorry Sorry, dass ich lebe Zehn Minuten noch Elf 11,30 11,5 Äh Monster Drops Das da rein Das da rein Wir haben so viel Scheiße von irgendwelchen dummen Monstern Äh, verarbeitet es was Ah, 64 ist ja geil So Den direkt da hin Ich sollte nicht mit offenen Fenstern aufhören Das vorne brauche ich gerade nicht Das brauche ich gerade nicht Ich glaube, sonst weiß ich noch nicht Ein bisschen Deut kann nie schauen Der Lagerhaus ist fertig Dann würde ich sagen Hallo Äh, Materialkiste Hallo Crap Man hört mein Klicken wahrscheinlich inzwischen sehr stark Falls euch das nervt, tut mir leid Aber Kann ich auch nichts dran ändern Ist jetzt doof Moment Ich hab mal ein Crapstabern 2 Nein, nein, nein Nein, nein Ja Nein Nein Ähm Ja 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 Nein 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 Ja, Potatoes Nein Okay, Lost Down, Dust auch nicht NPC Drops und Federn Leder hab ich nicht dabei Wolle und Farben Leder Da kommt Baunmiele zu Da kommt Baummiel zu Pflanzern 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 Ach Sandbalken war noch die da, die hatte ich ja rausgeholt, Baumaterial, zwei Öfen, Holzsachen, Schilder, Sticks, lass mir die hier und nehm die mit. Hier haben wir Sandzeug mit, nein, das hab ich wieder rausgenommen, oh mein Rücken tut weh, dann hab ich ein Werkzeug dabei, die Schere, die hab ich mir auch rausgenommen, dann die Leinen sind Werkzeuge, Dirt kann ich mal ins Deck wegpacken oder fünf oder alle, bei Dirt kann ich auch gleich mal, Moment, da rein, warte mal, flintern wir hier unten, ja, Kies, ich weiß aber zum Verrecken nicht mehr, wo der Stil, also Flintern, Stein, ich weiß es ums Verrecken nicht mehr, kann denn Verschiedenes, der kann, doch, der kann ein Verschiedenes, okay, gut zu wissen, jetzt ist ja fast nur noch Fressen drin, und noch ein paar, alles nochmal ran, nein, da kommt das Leder rein, da kommen die Hirne rein, jetzt hab ich wieder Saplings dabei, wieder Blumen dabei, nein, nicht Spider-Eye, Spider-Eye kann auch in die andere Kiste, man vergisst übrigens andauernd irgendwas wegzupacken, oh nein, mein Ohr, ih, 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 mein Ohr juckt, ah, das ist ekelhaft, nein, na, hör auf damit, äh, fredierer Heimhofftasche, fernsichtiger Steak, rohes Schwein, gut auf jeden Fall, äh, jetzt kommt da rein, ich hab noch einen Timer, Raw Steak, da oben nicht fein, ja, Steak da noch rein, Potatoes sind auch noch nicht gepackt, die kommen, verdammt, die kommen in die Gemüsekiste, also ich gepackt, äh, ach, Pilze, entschuldigung, ahja, ahja, ja, 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 Wolle, verdammt, Torches, die war die auch Tasche, die Sticks auch, wenn man auch sieht, das gehört zur Anbau, ja, Glowstone, das kommt in die Meta-Zeit, da, wow, ein ganz, ein ganz Glowstone, das ist wie viel, jedenfalls richtig belohnt, Glowstone, ich fände übrigens schon wieder eine Hand her, Glowstone, 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 okay, meine Maus hängt, Pfeile, Pfeile sind Waffen, auf jeden Fall, ja, meine Maus hängt, jetzt geht's wieder, 5 Minuten oder so, dann geht's wieder nicht, ach, ja, das ist schon schrecklich, mit schlechten Sachen aufziehen, mit schlechten Sachen, irgendwie, irgendwer, das gehört ja nicht rein, das gehört in Rohholz, ach, das ist auch gut und kein Dschungelwund, okay, Dirt weg, nein, äh, Cobblestone weg, ein Stonebrick, das kommt für Steinzeug, ein Enchanted Book, das kommt in die Dingenswolle, kommt hier mit rein, ne Waterflask, die kommt auch da hinten mit rein, dann war's das, aber ja, easy peasy mal eben ganz schnell die Lüsten wegsortieren, jetzt sammle ich meine Quip wieder ein, ich hab jetzt 52, äh, 2, 3, 4, 1, 4, 5, äh, das passt schon fast, so, oh, es ist Nacht, okay, dann machen wir jetzt noch mal ne kleine Monsterfarmrunde in 5 Minuten, also 5 Minuten lang, nachdem ich die Sachen weggebracht hab und dann mach ich mal wieder was Sinnvolles und ich hake gleich vor allem erstmal Lagerhaus ab, kann ich nämlich schon fast, aber nur fast, Level 2, ah, hier sind Buckets, hier sind, oh, Zutaten, die wird dezent, hier sind Flieger mal, hier sind fleißige Potions, und hier kommen Wasserflaschen, ach ne, wir sind ja schon mal da, hm, Wasserflaschen kommen also da rein, zu wissen, komm mal schnell, jetzt hab ich wegen der einen Dingenskopf gemacht, ja, wir könnten uns natürlich auch hier einfach hinten noch irgendwo eine endlose Wasserquelle reinballern, die Dinger kommen wieder hier rein, übrigens ist gut, dass wir ne Grubkiste haben, weil String ist bestimmt ne Brauzutat, die String-Modal, Fermentated Iron, was haben wir denn hier so drin, Invisibility, das ist ein Motorrad, Instant Damage, und Fire Resistance haben wir auch noch einen, das ist schön, Invisibility ist auch geil, ähm, naja, also wie gesagt, dann klatschen wir jetzt ein paar vier, alles ist los geworden, zack, alles ist erstmal los geworden, die Mine ist offen, das ist ein Lichtschirm, die Schmiede brauchen wir noch im Vordergrund, ein kleineres Fenster auf jeden Fall, da passt irgendwie das Glasfenster nicht so gut rein, meiner Meinung nach, die anderen sehen, dass wir schon anders, ja, man sieht dank meiner Randalistanz, und man lag im PC, dass hier alle möglichen Sachen sind, ja, aber sowieso jeder da zuschaut, kennt ja schon alles, was Geheim ist, sozusagen die geheimen Geheimgänge, die wir haben mit dem Dingens, mit dem, mit dem Katalisationssystem, sag ich jetzt mal, sind ja in dem Sinne keine Geheimgänge, und man weiß halt wirklich jeder, wie sie, man kann gut drin flüchten, wow, wow, ich bin ja vor zweitem Platz, oder so, aber immer dann gestorben, ne, doch vor zweitem Platz, und ich mag jetzt keine Ahnung, als bei anderen Menschen zu tun, weil diese, ja, duchen, oh shit, ich bin übrigens, äh, mit dem Schwert, oh, okay, statt was fressen, hört sich fast so an, als ob nie meine Monsterfahrer was wäre, aber ja, ich hab Angst in mir die Monsterfahrer, weil der creek war drin, ich hasse so was, ich weiß nicht ob ihr es gesehen habt aber letztes mal war hier ein dummer wixcreeper der mir dann hier alles weggesprengt hat so wie freddy auch schon ich will jetzt einmal kurz freigraben und gucken ob da irgendwas ist ich muss den monster flyer fixen ich habe natürlich keinen keys dabei aber den kann ich kurz abbauen ich habe noch 20 sekunden müssten zwei stück sein gut auf jeden fall erst mit flink gekriegt weil ich gar nicht wollte tun wir sie auch gleich einfach weg so jetzt gehe ich wieder rein jetzt ist bestimmt ein creeper da unten gehe ich jetzt erstmal lieber nicht rein und das ist mein timer ich hoffe der Partei hat euch gefallen haus rein Leute tschüss ich